Und jetzt kommt's zurück bei der Muttibebande auf der Sandigen Schlucht, die hatten wir schon mal, oder? Oder? Das waren die beim letzten Spiel. Ja, das waren die gerade eben. Ja, ja. Das war der Spectre und der Strikot. Ja, das war das mit den Kreuzern. Scheiß Kreuzer, ey. Kreuzer und Leibes. Kreuzer war's. Das ist immer ne coole Sache. Kreuzer ist echt. Wenn der ins Wege gekommen wäre, wäre das schon hot gewesen, ey. Ja, ja. Vorhin die sind extrem gut gegen den Boden da hinein geworden. Ein Dynamo war ja recht gut dabei. Ja. War gut, dass ich auf die Wege gegangen bin. Da kann ich nicht wirklich auf Weiz gehen, denn die sind Kreuzer scheißegal. Das Ding ist, Kreuzer sind ganz schlecht gegen Flieger geworden. Okay. Weiß ich nicht. Die sind besser gegen Bodeneinheiten als gegen Flieger. Nicht gut, aber die Yamato-Kanone, die es schon hat, ey. Oh, nee. Proxy. Nee, doch nicht. Okay, ist gut. Okay, war gerade zu leicht. Okay. Ich hab nichts zu glauben. Ich hab nichts zu glauben. Wer weiß. Ich hab grad keinen Rohklau. Oh, was der Zerg macht? Ich hab grad schon ne Echse, ey. Der Zerg spielt normal. Zerg hat noch ne Echse? Ja, er hat ne Echse. Stimmt. Dann kann ich jetzt erst ne Pool nehmen, ist sehr schön. Kann ich auch ne Echse nehmen. Zerg hat noch keinen. Doch, Gas ist fertig. Pool ist erst angefangen. Ich hab das nicht. Es ist wie bei mir. Bist du wieder Flieger oder was machst du? Ich geh' wieder Flieger. Ich geh' diesmal länger, weiß worden. Ich kann doch gegen den Kämpfen. Ich geh' erst mal auf Flieger. Weil die Virtus war gar nicht so viel am Anfang. Weil die Virtus war gar nicht so viel am Anfang. Ich hab' die mit Link zuschufen. Ne, ma, schon mal die dritte. So langsam bin ich wieder drinnen im Spielen. Minute drei, da kann man, äh, Minute zwei, da kann man schon mal die Gritte nehmen als Cerk. Ja. Jetzt hat mir eine Sonde verloren, ne? Nein, ich hab Pylonen vergessen. Zu spät gesetzt, mein ich. Ich hab mich vergessen. Vielleicht. Nein, da kommt nicht der Reaper. Uhhh, zu spät. Hey Katze, hier aus dem Bild. Danke. Ich musste jetzt so irgendwie fighten, weil meine Queenie braucht Stunden. Naja, brauchst nicht rüberkommen, schaff ich schon. Ich brauchst halt einen verloren, sowas. Der ist tot. Sehr schön. Mit Slowling bekommen. Der war ja fast schon tot. Meine Drohnen schon, äh, meine Sonnen schon um mich arbeit geleistet. Und dann, Pauli, haben wir auch schon, bei dir kommt der Dornadus, ne, steht nicht umsonst da. Ich weiß. Komm, bei mir diesmal der Kreuz, aber das ist schlecht. Muss nicht sein. Mit der Morphose, wir brauchen mehr Mineralien. Wenn sie das gleiche spielen, ist ja die Frage. Immer die Frage, ja. Wir brauchen mehr Mineralien. Ist ein Boy, na komm, wir spielen gleich ein Boyd. Nur um die Overlords zu killen. Die Overlords ist nur noch mit einer. Und zwar länger. Ich muss auch mal in die Mitte mit dem Felsor-Bahn. Kalt. Forschung abgeschlossen. Prismakern online. Die viele Engel. Ich muss mal weiter Sonden bauen. So soll es gehen. Ich hab gerade mal 38 Sonden. Was ist euer? Das geht noch ein bisschen mehr. Du brauchst mal mehr Overlords. Wenn du Gas brauchst, musst du dann sagen, nur Computerlinge. Das sind zu viele für mich. Wo Benninger bauen? Ja, der besser. Gucken wir, ob schon der dritte hat. Er hat schon eine dritte, der Zeck. Ohne und Strand, doch eh noch. Du hast unsere Feinde. Unsere Vogel. Deine Stalker sind tot. Wir sind ja vorgerannt. Weiß ich ja. Soknaku, Abfall. Das ist ein Nonne Hydra. Ich hab kein Gas. Kein Wunder. Muss ich auch nicht abbaue. Oh. Ja, das ist der Gas beim Woid. Danke. Jetzt brauch ich nur noch. Das geht um Nostalgie jetzt, ne? Na ja. Ja. So, Benning Speed dazu. Upgrade dazu. Wir haben nicht gelöten Mineralien. Ich hab doch was in der Mitte. Aber ging schon endlich was drauf, oder? Naja. Aber nicht genug. Kommt nämlich der Feind. Oh, ist zu viel. Ist zu viel. Die Panks sind böse. Die Panks sind gleich tot. Oder auch nicht. Panks sind tot. Kommt gleich wieder auf den Gewöller. Und nur der eine Tinker. Ach, der Siege entzieht sich auch noch wie doof. Der Warno nimmt jetzt hier dritte. Jetzt erst. Ja. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Heute. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Was hab ich nicht mit Sonnen verloren? Versteh ich nicht. Verwendet mich. Wo hast du mir noch was denken? Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Noch mehr Römer schicken. Kalt bist du mir. Wo ist mein Heidrabo? Hab ich die nicht gesetzt? Hab ich die nicht gesetzt Heidrabo? Das war schlecht. Doch, war ich. Das ist deine Beste. Oh, wie hab ich schon gedacht. Hier oben. Oder irgendein Gegner. Höchst mich nicht. Hast du genug Gas? Ich hab genug Gas. Nur Mineralien. Ne, nicht. So, da kann ich noch was geben. Ich hab keine Lachen wirklich. Okay. Ich hab immer schnell noch zwei Makro-Hedges gebaut. Da können wir ein bisschen Gruppen pumpen. Mal Tanks, ne? Wir brauchen halt trotzdem noch ein paar Wildways, bitte. Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Tanks, Wildways und sterbliche. Und gleich neben der Storm. Oh, ich glaub bis unten hab ich jetzt genug. Ja, wir haben mal ein Exer. Vielleicht auch Lurker gebaut. Oder Wollt Lurker bauen. Also brauch ich auch ein paar Lurker. Wollt ich Storm. Wollen wir das Overseer oder sowas? Oh, die baue ich. Wie viel Gas? Da kommt was. Da ist schon ein Krieg da. Sehen sie schon. Sehen sie schon. Aber wir wollen mal das hören, ne? Da sind wir in der Wildways richtig gut gegangen. Nicht nur Wildways, meine Berserker auch. Noch mal so ein paar Corruptor. Corruptor, genau. Wie haben die? Also die haben Corruptor. Aber meinen nicht wir. Genau die Dinger. Ja, theoretisch können wir da durchdrücken, oder? Schaffen wir kommen da durch. Eigentlich ja. Zwei Tanks. Ein paar Marines. Ein paar Baillinge. Baillinge könnten ein Problem werden. Schick ich meine Baillinge vor. Warte, lass mich Storm noch hervor. Schon wenigstens. Ey, was macht ihr hier? Das läuft nicht vor. Warte noch auf Storm. Oh, wie sie willst du jetzt? Willst du jetzt mal? Ich bin zlerker. Die kommen jetzt aber. Dann drauf. Baillinge sind hart, die musst du wegknöbeln hast. Ah, sie ist nicht weg. Jetzt drauf. Und ist weg. Nur Corruptor haben sie. ja dann drauf dann durch bevor so dings haben da werden wir uns noch zu das war doch mit dem ob wir da gelang mit den linken das ist meine locker wir haben ob es hier sie müssten sehen die im feld erschöpft also was machen meine lurker denn sind besoffen unsere verbündeten befinden sich im kampf geht da jetzt hoch wir sind auf jeden fall hoch wir brauchen mehr overlords ja der will dings bauen auf jeden fall muss da abreißen wo ist der mutterbau das wäre die frage er ist mit seinen hype weg das war schon länglich da kommt der rahner gg 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 gg